Hallo zusammen. Die Ukraine benötigt ständige finanzielle Unterstützung aus ausländischen Quellen. Es werden etwa 3 Milliarden Dollar benötigt, um den monatlichen Bedarf zu decken. Eine solche Erklärung wurde vom stellvertretenden Finanzminister der Ukraine, Olga Zykova, abgegeben, berichtet TASS unter Berufung auf die ukrainische Ausgabe der Anführungszeichen Economic Truth Anführungszeichen. Sie sagte, dass, obwohl die notwendigen Maßnahmen zur Verringerung des Haushaltsdefizits bereits ergriffen wurden, im Jahr 2023 der Bedarf Kiefs an internationaler Finanzierung nicht verschwunden ist, und monatlich etwa 3 Milliarden Dollar beträgt. Zykova stellt fest, dass die Regierung von den USA und der Euroschwulen Union eine Bestätigung über die Zuweisung von 30 Milliarden Dollar in diesem Jahr erhalten hat, aber es ist werden weitere etwa 10 Milliarden Dollar benötigt. Kief äußerte die Hoffnung, sie von anderen Staaten und internationalen Finanzorganisationen, insbesondere dem IWF, zu erhalten. Früher hat der ehemalige Premierminister der Ukraine, Mykola Azaro, die Meinung ausgedrückt, dass Kief-Anführungszeichen von der Hand der NATO gefüttert wird. Ohne finanzielle Unterstützung aus dem Westen würde der Staat aufhören zu existieren. Die Daten der Nationalbank der Ukraine zeigen, dass Kief letztes Jahr 32,1 Milliarden US-Dollar von seinen Verbündeten erhalten hat. Für das Jahr 2023 wurde ein Budget mit einem Rekorddefizit von 38 Milliarden US-Dollar angenommen. Der ukrainische Chef Wladimir Zelensky hat den westlichen Staaten bereits angeboten, es vollständig zu bezahlen. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle. Tschüss für alle. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.